Pepe, hallo. Link hat wahrscheinlich verschlafen oder keine Ahnung, aber was ist noch? Haben wir doch gesagt, er kommt erst später. Ja, wobei er sagt, er kommt, warte mal. Das letzte Aussage war, ich kann auch früh und dann zwischendurch eine Stunde weg. Ja, das ist aber jetzt die Stunde, ne? Ich hatte sieben bis acht im Kopf, aber egal. Gehen wir auch so hin. Er hat gesagt, er kann circa ab sieben. Okay, dann hatte ich das falsch. Ich sag ja, heute bin ich... Wir werden oft explodieren. Ist ja schlimm mit dir. Es wird heute sehr oft passieren, dass wir explodieren. Und ich muss hier dringend aufholen, weil ich auf meinem Schreibtisch keinen Platz mehr habe für den Tick. Also, ich habe nichts dagegen, wenn du explodierst. Danke. Das sind genau die aufbauenden Worte, die man an einem Donnerstagabend hören will, als man rein spaßt. Warte mal noch ein bisschen... Irgendwas soll ich noch einstellen. Achso, die... Bei den Commands muss natürlich wieder Boom aktiviert werden. Ja. Link und... Und Hörnchen. Ja, wo ist Hörnchen? Ja, wo ist Hörnchen? Die Hörnchen ist aktiv. Triff. Next track. Die Suche ist auch aktiv. Oder Skisoo. Keine Ahnung, wie du das genannt hast. Ausrufezeichen. Boom. Genau. Also generell bist du schuld, der Rest ist bloß täuschen. Ja. Also da ist dann zwar ein Kommandar, aber der wird es ja nie gebraucht, weil das ist ja immer... Ähm. Ja, genau. Oder so. Hab ich auch lieb. Mhm. Hat man gesehen, wie du heute Morgen mich gegen die Scheibe hast klatschen lassen bei deinen Tweets? Das hat einfach gepasst. Ja, 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 ja. Guck mal, ich kann ein Hörnchen gegen die Scheibe klatschen. Klatsch. Das hat perfekt gepasst. Ja. Wir haben gesagt, solange... Ich konnte meine Gefühle zu meinem Tweet ausdrücken und gleichzeitig konnte ich die auswischen. Ja, ja, ja. Was ich alles herhalten muss immer. Das ist... Ja. Was hast du eigentlich verpennt? Das mit immer noch Aufnahmen mit... Ja. Und eigentlich wollte ich dann Abend noch ein paar Sachen im Haus und so machen und hab ich auch verpennt. Ja. Ich wollte eigentlich, nachdem ich nach Hause gekommen bin, auch einiges machen. Ich hab mich aber ins Bett gelegt und gepennt. Ja. Heute ist... Aber ich hab gehört, dass gestern so einige, äh, abends ins Bett gefallen sind. Also... Weil ich hab heute Mittagsschläfchen gemacht und dann bei Mary zugeguckt und dann mit Link eine Runde War Thunder gespielt und dann mit Flaschenkindl und dann bin ich ins Bett. Ja. Mal wieder. Also ich hab, äh, auch von einigen Mitbewohnern und Betreuern hab ich gehört, dass die gestern total ins Bett gefallen sind. Abends. Okay. Wenn die nicht ein Mittag... Mittagsschleifchen gemacht haben. Also... Gestern war irgendwie... War da wohl was in der Luft. Der Wetterwechsel halt. Ja. Der schlägt meistens aus Gemüt. Apropos... Ich wollte meinen Ventilator anschalten. Sag doch was. So wurde es dein Ventilator anschalten. Ja. Entschuldigung, das war die falsche Aussage. Äh, was? Ah ja. Ähm, hört man eigentlich, dass mein Klimagerät in Schlafzimmer rumrötelt, hört man jetzt nicht mehr, oder? Fährt man nicht mehr, ne. Perfekt. 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 Ich hab mir mal angeguckt, bei der Bombe 2.1 sind wir Top 18 immerhin. Okay. Bei der 2.2 sind wir Top 12. Ähm, bei der 2.3 sind wir Top 58 immerhin besser als Link und Spire. Naja, das können wir ja trotzdem versuchen aufzubessern. Ja. 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 Zum reinkommen. Weil die nächste dürfte interessanter sein, weil äh, da sind wir Top 80 und Spyrokill Top 7. 8 Uhr. Okay. Also da sind wir Top 80 mit 18 Sekunden und der hat noch 1 Minute 21 übrig. Okay. One Step Up. 4 Module, 5 Minuten. Zum reinkommen. Jo. So. So. For those who have made it this far and want something tougher but not too tough. Perfekt. Perfekt. Zu schlagen gilt es 1 Minute 17. Bist du bereit? Jo. Eigentlich nein, aber sagen wir mal. Ja, wir tun so. Wir tun so. Genau. Wir tun mal so. S cow Es gab es einen Ort. Ugh. zagent grown German. Sechs Stück. Oaks. système. Okay, 60%. Okay. Wes Sony. Typ. !" ここ. Toon. äh tan 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 gedrückt halten gelb äh 5 ok ppplichter Symbole... ok lichter ok wir haben ein U ein U ok Grün Gelb Grün, Grün Gelb, Gelb Grün, Grün, Gelb Gelb, 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 Gelb Blab, Blab Memory, 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 Fear Okay Vierte Position Vier Vier Ähm Äh Vierte Position Zwei Eins Teil zwei Dritte Position Vier Vier Vierte Position Vier 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 Äh Zahl zwei Vier 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 die nächste bombe ist drei minuten drei module reading this only use uptime you don't have job job ok drei minuten zu schlagen geht es eine minute zu 21 ok mein tee schmeckt komisch ich habe einen t-automat der sollte das eigentlich von sich aus richtig machen drei module symbole umgedrehtes fragezeichen unausgeführter stern umgedrehtes euro ungedrehtes seh mit punkt euro 10 mit punkt stern fragezeichen licht gelb blinkt und wir haben kein vokal ein vokal ok rot gelb blau rot gelb gelb blau gelb rot gelb rot ehm ehm first also das mit den dingsbums da ju steht mit ausrufe mit apostroph auf ok rechts mittel holt du r ausgeschrieben nächstes du nächstes nächstes ein einfaches c rechts oben u also ein einfaches u u u u u h u Ach du. Elf Sekunden zu langsam. Wo kriegt man elf Sekunden raus bei dem Spiel? Frage ich mich auch gerade. Ich meine, wir können es noch mal probieren. Ob wir die elf Sekunden rauskriegen. Ja. Aber beim Lichterspiel, wenn du immer nur den letzten... Ich weiß nicht, wie sieht es beim Handbuch aus, bei dem Lichterspiel? Also wenn du jetzt sagst, gelb, grün, gelb, grün, grün oder sowas. Ist das sowieso eine Reihenfolge, die du durchlesen musst? Oder bist du sofort beim letzten? Es ist im Prinzip immer das gleiche. Wenn du sagst, gelb, dann wird das bei mir zu grün oder rot oder ist ja egal. Ja. Und wenn das dann noch mal kommt, dann ist das immer die gleiche Farbe. Soweit ja. Meine Frage ging jetzt eher in die Richtung, ob das Geschwindigkeit bringt, wenn du mir immer nur die letzte Farbe, die neu hinzugekommen ist, sagst. Ist egal. Ist egal. Also du musst sowieso alle Farben durch, oder? Hm. Das nicht. Ich, ich, wir können es mal probieren, ob ich mir die letzte sage. Aber das bringt keine elf Sekunden. Okay, wir probieren es. Ich klicke jetzt. Huch, ich habe doch auf Continue geklickt. Will nicht. Also Continue bringt mich wieder zurück, weil wir die Bombe ja entschärft haben. Okay. Symbole. Ähm, Smiley, C mit Punkt, Schlange, Kerzenständer. Kerzenständer, Smiley, C mit Punkt, Schlange. Äh, Lichter. Wir haben kein Vokal. Gelb. Okay, rot. Gelb-Blau. Gelb. Gelb-Blau-Blau. Gelb. Okay, Labyrinth. Ähm, ein grünes, erste 1-1. Ich bin bei 1-5. Moment, 1-5 ist was? Erste Spalte, fünfte Zeile. Okay. Und das Ziel ist bei 2-2. Okay. Ganz rauf. 1 nach rechts und runter. Wow. Willst du raten, wie viel Zeit wir gebraucht haben oder wie viel noch auf der Uhr steht? 1,21. 1,21. Zwei Minuten. Nice. Wir sind Top 1. Prozent. Wow. Wir hatten noch 2 Minuten. Ich hatte beim Labyrinth kurz Angst, aber ich auf die Uhr guckte, da hatten wir noch 2,30 übrig. Wow. Ich glaube, das mit den Lichtern bringt doch mehr als man denkt. Äh, nicht nur das, es ging auch, das Labyrinth ging schneller als das andere. Weil vorhin hatten wir ja nicht das Labyrinth, sondern das Who's first. Und Who's on first ist wirklich dämlich, weil da muss ich immer rauf und runter scrollen. Stimmt, das war das. Das war das, stimmt. Und bei Who's first, da dann die richtige Liste auszusuchen, da muss man immer suchen. Wo steht das jetzt? Und ich habe mir gemerkt, dass einfach, ähm, du hast ja beim, 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 äh, beim zweiten Gelb, äh, beim zweiten Blau hast du ja nichts gesagt, sondern ich habe einfach nur Klick, Klick gemacht, weil ich es ja dann wusste. Ja. Von daher die letzte Farbe nennen und dann muss ich mir einfach merken, welche Farbe zu was führt. Dann kann man da auch noch einiges an Zeit rausholen. Ja. So, das nächste ist A Hidden Message. Da haben wir das letzte Mal 33 Sekunden noch auf der Uhr gehabt. Fünf Minuten, drei Module. Link ist da mit 1,22 und Top 60. Information can be obscured in ways that are time consuming to decode. In the world of bombs defusing that's a bad thing. Oh, nö. Oh, nö. Ich gebe auch Marse. Könnte, 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 ich befürchte. Bäh. Ja. Okay. Ähm, muss ich einen Marse-Code wieder herausholen? Ich starte jetzt einfach mal nur, um zu sehen, ob Marse dabei ist. Ja, wenn, dann machen wir es auch gleich. Hallo Geisergeber. Hi. Äh, 6 Carb. Okay, ähm, keine gelben? Zwei. Äh, keine roten? Eins. Okay, viert ist durch. Ähm, memory. Okay. Eins. Äh, tötötöt. Bin ich jetzt ganz doof? Ich find's memory nicht. Ja. Äh, zweite Position. Zwei. Zwei. Position zwei. Zwei. Ernsthaft? Vier. Beschriftung vier. Zweite Position. Drei. Position zwei. Eins. Vier. Beschriftung vier. Okay, und jetzt haben wir Passwort. Bereit zum Schreiben? XC. G, F, U, L. Zweite Buchstabe. R, H, J, M, O, X. Dritte Buchstabe. M, E, D, V, T, F, M. Okay. Tam, tadam. T. 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 Versuch's mit Crate. kaiser gamer die zahlen die wir vorhin die was sie sind vier und fünf also meinst du die in position vier und fünf die brauche ich im normalfall nicht allein die ersten drei positionen geben mir schon maximal also das maximale was wir bisher hatten waren vier wörter die man maximal nur mal durchprobieren muss und wir hatten wohl glück wenn da 50 prozent morse 50 prozent passwort und wir haben 243 und sind damit top elf prozent wir rocken ach zu scheiße something different do this wires look different to you do this bomb look explode to you wir haben bisher eine minute ach so der kaiser gamer scheint das spiel und aus wie erstes programmiert kaiser auch beim morse code lager bisher immer richtig du kennst du spiel auswendig stunden mal schnell schon gespielt bei dem spiel wir haben bisher eine minute vier übrig gehabt zwei killer hat 122 übrig gehabt und link sechs das hat ein link da angestellt ich weiß es nicht wahrscheinlich geschlafen nein das haben wir nicht gesagt wenn ich später noch dazu kommt genau das ja als experte zu viel ja es ist da wir das nur einmal die woche spielen und ich nur bei hörnchen experten den experten spiele kann ich die anleitung leider noch nicht auswendig ja aber wahrscheinlich hilfreich für die zeit und so wahrscheinlich und ich habe schon versucht sie zu überreden dass sie ja auch mit streamen anfangen könnte und dann wir das ganze umdrehen wollen könnten aber mit meinem internet wo das schon herum spackt wenn ich nur ein stream cook dann noch selber stream keine chance könnte ich auf 160 p stream vielleicht zon kommt direkt mit einem wunderschönen witz bomben wetter heute ja ein bomben wetter heute einen wunderschönen guten abend zonk wünsche ich dir kaisergäber meine standardfrage habe ich natürlich vergessen wie seid ihr bisher durch die woche gekommen ihr zwei wie seid ihr durch die woche gekommen und noch kurz etwas für zonk der ja auch gern ab und zu sim fliegt wort und ich weiß nicht kaisergäber ob du auch ich habe heute einen forenbeitrag entdeckt der sehr interessant ist wo ich mich beteiligen möchte wenn es soweit sein sollte oder gewünscht wird das war das falsche diese fahrstuhlmusik sie haben immer zwei spiele erwischt wo es so fahrstuhlmusik gibt auch bei painted back ist so halb fahrstuhlmusik ja super ach das klingt scheiße kaisergäber stimmt das hast du hast gesagt gehabt letzte woche weiterhin gute besserung ja und ich hoffe für dich dass es irgendwo eine etwas in der art einer klimaanlage gibt weil ich hatte ein einziges mal in meinem leben bisher das pech im sommer mit fiebe im bett zu liegen ist nicht schön da kommen einem dann auch 38 grad vor wie 41 ja ich meine man soll sich ja gesund schwitzen und so aber sitzt im keller gut wenn du nicht im bett liegst dann gehe ich mal davon aus dass es eher eine physische im sinne von was angeknackst ich weiß nicht habt ihr den link gesehen wenn ja also zonk der könnte für dich auch interessant sein der im bett liegend teil beginnt am diensten okay okay das klingt scheiße gut aber wenn du besserung in aussicht hast das ist immer das wichtigste wahrscheinlich habe ich jetzt wieder was falsches gesagt ja wir haben fünf minuten zeit drei module drei strikes und das im bett liegend teil beginnt ab einem fixen tag das klingt irgendwie als ob da eine op angesagt genau 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 äh äh klingt scheiße wenn du jetzt noch sagst du spiel schadball dann kann ich es vollkommen nachvollziehen weil da fängt meistens in der jahreszeit oder seit einem monat oder zwei ist es eine saisonvorbereitung op ok ich hoffe etwas ein leichter eingriff und keiner der lebensbedrohlich ist ich werde am montag kurz baum drücken dass alles gut geht mach ich mit machst du mit ja jeden volleyball so viel unterschied ist da jetzt nicht ja also was ich dann jetzt hier falsch verstanden werde ja es gibt da auch das durchspringen oder ball verletzungsrisiko an den verschiedenen knochen ähm aber beim handball ist das risiko glaube ich ein tick größer aber ja auch beim volleball wir haben auch schon spieler beim volleball spielen verloren diese saison über weil sie sich dann fluss verdreht haben oder sowas äh kommt drauf an ob normales volleball oder beachvolleyball beachvolleyball ist ja nochmal blöde weil man sich im sand gerne mal irgendwie überknackst und so ja ja hast du erfahrung äh nein ich nicht meine schwester ah ok bei uns ist es in ihrer frühen jugend mal gespielt ein ehemaliger trainer der erste mannschaft hat uns beachhandball verboten genau ist der grund hauptsächlich in der halle aber auch gerne beachvolleyball ja draußen ist immer schön wenn wir da handball vereinsfest haben dann werden wir handballer immer beim volleballspiel ähm hat er bestraft von den schiris weil wir halt doch eher gewohnt sind den ball zu führen was du ja nicht darfst aber sind es halt gewohnt den ball zu greifen und runter zu werfen passiert dann eigentlich öfters reflex mäßig egal ich drücke also wir müssen 1 22 schlagen was hat man hingekriegt ok ich drücke start in der hoffnung dass kein morse dabei ist 6 kabel ok gelbes nein ja nein rotes 2 ähm viertes durch bitte viertes durch viertes ah no ne moment ne blödsinn kein gelbes kabel hast du gesagt ne letzte ziffer letzte ziffer seriennummer äh 8 ok ja dann fiert es durch ok wir haben ein e und farben grün gelb grün 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 gelb grün grün gelb gelb grün also gelb grün gelb grün ähm kabel sequenz haben wir als nächstes blau c blau c ähm ta ta da blau c lassen rot c rot c durch nächste sequenz rot a äh 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 schwarz b cut nächste sequenz äh rot b lassen rot a durch schwarz a durch nächste sequenz rot a lassen rot a blau a blau a blau a aaa aaa gammt war das jetzt das zweite oder das dritte blaue äh das zweite ok dann durch ähm fertig gammt da war ich jetzt schön war es damals in der schule da wurde in sportvolle ball gemacht aber niemand wollte gegen mich spielen das kenn ich vom handball wir haben zwei minuten 51 übrig gehabt wir sind top 7 ja nice mhm äh das war bei uns beim handball wir waren bei uns im äh wir haben drei parallelklassen gehabt äh und da waren wir insgesamt waren wir glaube ich vier die im selben verein handball gespielt haben und zu dem zeitpunkt haben wir draußen in der pause immer basketball gespielt da weiß ich noch dass mein kumpel mir entgegen kam der kein handball spielt hat ich ihn gegriffen hab und auf den boden geschmissen hab und er mich aufgesprungen äh 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 ähm äh ähm was kaisergeber schreibt bitte die bombe nochmal machen äh 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 ich glaub mit den top 7 geben wir uns zufrieden äh wir machen ja hier weiter also es sollte auf jeden fall äh noch ähm ähm lächel kommen machen wir die nächste ja gott ich hasse die kompoers äh 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 60% of the time this bomb explode every time aha das war dieses oxymoron die logische ja genau ähm wir es haben da momentan sind wir von den drei zeiten die ich lese die beste zeit ähm ähm mit 20 sekunden übrig äh link 17 spire 12 mal gucken ob wir besser als 20 sekunden mit den 20 sekunden sind wir top 79% p-module 5 5 minuten das sollte ja das sollte machbar sein da geht was ähm ich weiß gar nicht hat link überhaupt umgang na gut er wird sich schon melden ok ja ist mir grad das nebenbei eingefallen gut ich klicke start äh knopf gelb hold äh dum 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 ähm gedrückt halten weiß eins eins ähm who's first sas s-a-y-s s-a-y-s 답 wo ist ja kannst du diesen drei acht ja warte nächstes wort u rechtsmitte white yes nothing ready press ok passwort erste buchstabe i r h a n k zweiter buchstabe k t u y o j dritter buchstabe z w h x v ok ok noch mal passwort erste buchstabe j t n c h e zweiter buchstabe h x o b k d dritter buchstabe c i w x y j c ok ja tam 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 Ah Every Nee, geht nicht Kann nicht gehen Bleib verwirrt Auch nicht? Der wird jetzt auch nicht Ah, Point 1,48 haben wir übrig Kaiser fragt, warum Punkt 4 beim Knopf immer übersprungen wird Ähm, Punkt 4 beim Knopf Was meinst du? Ich weiß es nicht Muschkaisergarten fragt Wieso überspringt jeder ständig Punkt 4 beim Button, nur weil 5 perfekt passt, kann es trotzdem Punkt 4 sein Beim Knopf gibt es nur 3, äh, 4 Punkte Keine Ahnung, worauf ich noch will Also, also, also Punkt 4 bleibt Äh, weil Punkt 4 einfach viel zu selten zutrifft Ach, die spielen mit meinem Leben, aha, danke für die Info Kaiser Gamer Ja Ja, ich hab's schon Ja, stimmt Das ist FRK Ja Ok, 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 ok Können wir uns da auch zufrieden geben mit Können wir? Ja 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 Ich denk Von 79 auf 15 Ja Ähm, jetzt sind wir bei Fair Bomb Äh, Fair Game Fair Game No more Hand holding Remember everything you learned Because anything can appear on this Bomb 5 Minuten oder 5 Minuten Wir haben Ja, und jetzt komm Ich, ich seh's schon kommen Jetzt komm Kommt Morse Ich seh's kommen Pssst Das ist wie bei Weltraumspielen Wenn du durch die Gegend fliegst Äh, ich weiß nicht wer schon mal Ähm, X Universum oder Privateer oder ähm EVE Online oder sonst irgendwas Spiel, äh, gespielt wird Immer wenn du den Gedanken laut äußerst Es ist aber grad ruhig Es sind gar keine Piraten unterwegs Es kommen von irgendwo Piraten her Mhm Kommt Vires und Morse Ja, Kaiserbisch wird's gleich doppelt her Wir sind aber momentan Also es wird Mach's schöne Musikhörnchen Ich mach's schöne Musikhörnchen Ich rühre meinen Tee herum Entschuldigung Der hat man sehr gut In Schwarztee kürt einfach ein Löffel Zucker Ich weiß, manche bevorzugen Zitrone oder nicht Ich bevorzugen Zucker Äh, auch wenn ich ausausweise nicht den braunen Candace habe Sondern nur einen Industriezucker Aber das muss heute auch mal reichen Ähm Wir haben bisher Top 29% mit einer Minute 3 übrig Okay Wir sind damit doppelt so schnell wie Link Und Spire hat noch 6 Sekunden auf der Zeit gehabt Okay Auf der Zeit gehabt, auf der Uhr gehabt Auf der Uhr, ja Ähm, also wir müssen uns selber schlagen Okay Na dann Ich drücke Start Let's get ready to rumble YOLO Okay YOLO Ich halt schon die Klappe Sag an Morse Na dann Okay Okay Die paar geht ab Lang kurz lang Pause kurz 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 Pause kurz lang kurz kurz Pause kurz lang Pause lang Pause kurz kurz Pause kurz lang kurz 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 Ich hab schon Nein ich will nicht Achso okay kurz lang kurz 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 die ersten zwei sequenzen waren wo die letzten zwei sequenzen wo ich sie vorgelesen habe Ich bin grad echt zu doof Also wie gesagt die ersten zwei sequenzen die ich dir vorgelesen habe müssten die letzten zwei gewesen sein möglich Das waren wir schon gut und klar Das ist das ist Flix Tata 5,42 Okay, dann haben wir Knopf-Aport Okay, Knopf-Aport-Farbe Weiß Anzeige mit Beschriftung K leuchtet K leuchtet Okay, gedrücktakten Weiß Eins Memory Ne, who is first, who is first, there Wie geschrieben, E-I-R T-T-T-H-E-I-R Okay, there Rechtsmitte Wait Wait, wait U, 3, H No, blank, okay Yes, left Nächstes Yes Linksmitte U U H-U-H Sure Next What mit Fragezeichen Your mit Apostroph U-R Nächstes You are Ausgeschrieben Rechtsmitte First Left Okay Yes Middle Fertig Jetzt Memory Zwei Zweite Position Zwei Drei Erste Position Vier Drei Dritte Position Drei Vier Erste Position Drei Zwei Beschriftung vier Kabelsequenz Schwarz A Durch Rot B Lassen Blau C Weiter Rot B Durch Schwarz Bumm Hats gemacht Bumm Hats gemacht Bumm Hats gemacht Ja Was ja Hab ich zu lange Gebraucht Bumm Hats Hats Bumm Bumm Hats Morsat Mit Hats Hats Alls Reicht Hats 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 Das ist aber nicht immer so, Kaiser Gamer. War es jetzt deine Schuld oder meine? Eigentlich war es meine, aber gut. Ja, nein, das, was Kaiser Gamer sagt. Ich muss warten, die Zeit sollten wir uns nehmen, zu warten auf den Anfang. Ja. Entweder das oder wir haben uns jetzt angewöhnt, Morse als erstes zu machen. Ich würde aber mittlerweile sagen, dass wir Morse doch relativ raus haben, mit dem, so wie wir es jetzt gemacht haben, dass ich auch die Pausen mit Pause. Von daher würde ich jetzt einfach wirklich wieder die Reihenfolge von oben nach unten machen. Ja. Wie gesagt, ist ziemlich egal, weil ich eigentlich nicht scrollen muss. Aber dann hätten wir vielleicht das Glück, dass, wenn ich dann zum Morse rüberkomme, ich vielleicht dann direkt treffe. Und wenn ich warten muss, dann hätten wir auch wahrscheinlich am Anfang warten müssen. Also, ich probiere jetzt einfach mal von oben nach unten die Reihenfolge. Ja. Und ich habe einmal Who is first gesagt und dann Memory und wieder zurück. Ich habe beiden verwechselt von der Reihenfolge. Okay. Okay. Let's try. Äh, Lichter. Blau. Blau, grün. Rot, gelb. Blau, grün, gelb. Grün. Das war grün, grün. Blau als letztes. Äh, rot. Ach, scheiße, jetzt habe ich verklickt. Ich dab, warte. Äh, ich habe, oh. Wenn es längere Sequenz wird, dann wird es schwierig. Ich bin im Kopf halt. Das war echt kurz. Da war ich kurz gerade selber. Genau. Aber schadet doch nicht, wenn ich die ganze Sequenz durchsage, ansage. Oder? Ähm, nee. Schadet nicht. Aber ich hätte zum Beispiel, es war, ähm, wäre jetzt gewesen, rot, gelb, grün, grün. Weil blau, blau kam. Dann kann ich, äh, kann ich selber auch geschwind klicken. Da muss ich es nicht sagen. Weil für dich ist die Sequenz ja egal. Für dich ist ja bloß die Farbe wichtig. Ja. Okay, wie toll. Kabel, fünf Stück. Ähm, letztes Kabel schwarz. Nein. Genau, ein rotes. Nein. Keine schwarzes. Ja. Okay, äh, zweites durch. Symbole. Alien, A mit Strich, Gamma, N mit, äh, Schleifchen. Okay. A mit Strich, äh, Gamma, N, Alien. Äh, äh, Memory, Zwei. Äh, zweite Position. Eins. Vier. Position, zwei, drei, eins. Position, zwei, drei, eins. Beschriftung, drei. Dritte Position. Drei. Position, zwei. Position, zwei. 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 Beschriftung, drei. Äh, Mausen. Anfangen. Kurz, 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 Pause. Lang, Pause. Kurz, Pause. Kurz, lang, Pause. Krass. Lang, kurz, Pause. Das ist dann... 5,82. Nächste ist Kabelsequenz. Äh, schwarz C. Gott. Sorry, ich hab mich grad verscrollt. Äh, schwarz C durch. Blau A. Lassen. Schwarz B. Weiter. Nächste Sequenz. Rot A. Weiter. Blau B. Weiter. Schwarz B. Durch. Nächste ist Rot A. Weiter. Schwarz B. Weiter. Schattenwolf. Rot B. Weiter. Fertig. Schattenwolf. Einen wunderschönen Abend wünsche ich dir. Wie geht's dir? Gut durch die Woche gekommen? Da. Wo ist das in Gamma? Ist das nicht Gamma? Mä? David. Das haben wir von Link. Das hat Link so gesagt. Link ist schuld. lambda nicht gamma das ist lambda ja ist doch egal hätte ich eigentlich als gelernter das gamma ist nämlich normales y muss erst mal auslaufen ach du jemine was hast du alles eingekauft und von unserer zeit zwei minuten acht haben wir übrig top 2 prozent trotz mausen also langsam 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 ich brauche gerade was zu knabbern kekse nix kekse irgendwas kühles irgendwas obst mäßiges bin gerade am überlegen die pirsiche die sind habe ich heute erst gekauft die sind noch warm warm sage ich hart die müssen erst mal tag liegen bis die schön weich und saftig sind heißt die weintrauben müssen hier halten aus der region ja wobei ich ehrlich gesagt die die kleinen weißen immer noch am liebsten mag nicht viel aber draußen ist warm und wind still warm ist es ich habe auch vorhin hier kurz das klimagerät ja jeder grüner wird mich erschlagen dafür dass ich ein klimagerät geholt habe aber dieses jahr habe ich eins gebraucht und das muss man laufen lassen weil er sich irgendwie selbst spielt und blablabla mini windbeutel auch nicht schlecht aber wie nennt man die kleinen trauben haben die überhaupt einen speziellen namen das ist wie bei den erdbeeren die trauben wurden halt hoch gezüchtet auf die größe und dabei ist halt die süße verloren gegangen ach du kacke pick up the pace 2 wenn dem ritten dieses new uses time you ach du jemine zwei minuten 30 fünf module wir haben das letzte mal eine sekunde übrig gehabt link hat 14 sekunden gebraucht das bayern 8 also übrig gehabt muss ich ja die weintrauben wieder zur seite stellen 5 module 2 minuten 30 ach du scheiße ach ich klicke auf start kabel 4 mehr als ein rotes man letztes kabel gelb nein genau ein blaues ja erstes durch zum knopf rot press zwei batterien genau und kein frk wie war es ja mit rückklassen rot 1 symbole ae kerzenständer omega hashtag hashtag ae kerzenständer omega noch mal symbole gamma o mit strich alien n mit schnörkeln o mit strich gamma n alien wie n alien so ok äh labyrinth ziel ist bei eins da ist bei 53 okay ich bin genau eins drüber ok und endziel ist bei 123 ok einfach einmal rüber 40 sekunden haben wir noch wieviel prozent das spiel stoppt grad noch moment best time 18 geben wir uns mit zufrieden ich kann auch mal klicken wenn ich auf view klicke dann ist das film ja auch offen also alle fünf vier über uns und alle vier plätze über uns und unter uns haben die klitzegleiche zeit alle 40.17 wenn ich bei view alle mache ok nächste bombe no room for error kein strike fünf minuten fünf module one mistake and it's all over wipe the sweet of your palms and try not to let it get to you bisher haben wir boom hallo prisa ach du scheiße jetzt geben wir die luft weil prisa wieder weißt du wir plaudern wieder während du die bombe schon startest ja 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 so ungefähr naja sie ist ja gekommen bevor du die bombe gestartet hast also von daher bin am kochen danach geht's kind ins bett das ist aber gemein du kochst jetzt was leckeres so dass das kind hunger kriegt und dann anstatt dass es noch essen darf wird es ins bett gestopft das aber unfair ganz schön spät finde ich kochen die kleine ist ja doch schon ganz schön klein ja 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 ich glaube ich wenn das kind nach äh tschau kommt wie du sagst dann ja ok alles klar die nacht durch die wach gewesen der wetter wechsel wahrscheinlich dann auch die hitze ok ja ging uns allen so ja äh ich wollte gerade sagen wenn äh wenn die kleine nacht tschau kommt dann würde die streichen wenn es essen gibt so ziemlich äh sonst liegt sie 19 uhr noch im bett aber wenn sie papa sieht dann möchte sie noch ein bisschen spielen das ist klar ähm wir haben das letzte mal noch eine minute vier auf der zeit gehabt sind damit allerdings hinter allen äh auf mit top 95 link hat 1 51 und spire 2 20 was gibt es leckeres zu messen das musst du nachher auch noch sagen ok bist du bereit ok jo start kabel also vier stück ok mehr als ein rotes nein ähm letztes kabel gelb nein genau ein blaues ja erstes durch ok das können gleich zweimal lösen ok ok habe ich extra geguckt ok knopf rot apport äh wer ist seit batterien und der platt war nein nein ok äh dann gedrückt halten rot eins ähm who is first C E E ähm C E E rechts unten what B what what ah ok what 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 da U mit 3 H what left Nächstes no 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 äh rechts unten no blank U mit 3 H wait Moment Moment Licht ist ausgegangen ich erkenne es gerade nicht U mit 3 H ok Nächstes ja äh Leer keine keine Anzeige ok links unten U H H OH 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 9 THAT Warum eh Memory 3 äh dritte Position 2 3 1 2 Zwei. Vier. Beschriftung vier. Dritte Position. Vier. Position eins. Eins. Ich depp. Was? In dem Moment. Was war in dem Moment? Du sagst eins. Ich guck die eins an. Du hast Position eins gesagt. Du hast keinen Fehler gemacht. Und ich drück auf die eins, was auf Position zwei war. Und nicht auf eins. Ich hab uns gerade in die Luft gejagt. Wir waren so schön unterwegs. Das war definitiv ein Ausrufezeichen. Hörnchen. Okay. Das war unnötig wie ein Kropf. Ansonsten lief es eigentlich gut. Gerade das wir in den Kabeln. Das ist so perfekt hintereinander. Beide gleich. Schade. Da hat man eigentlich Glück. Na gut. We try. Kabel sechs Stück. Okay. Kein gelbes? Nein. Also ein gelbes. Ähm. Wer als ein weißes? Ja. Bittes durch. Drei Kabel. Kein rotes? Ja. Okay. Zweites durch. Symbole. Ausgeführter Stern. Smiley. C mit Punkt. Kerzenständer. Smiley. C mit Punkt. Stern. Okay. Ähm. Whos. First. Says. S A Y S. Rechts unten. U. Also ein U. Ähm. Ohaha. Ohaha. Sure. Next. What? Mit Fragezeichen. Nächstes. C. Rechts oben. Like. Klack, 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 klack. Die hätten die Liste echt alphabetisch machen können. Your mit Apostroph. U. 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 Hast du U gesagt? Ja, U. Ah. Ah. Hahahaha. 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 Hast du U gesagt? Hahahaha. Hast du U gesagt? Ja, Ju. Klick Scheiße. Hahahaha. 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 Ju. Nicht U. Ich habe U gesagt. Äh. Und ich hab nach, ich hab nach U gefragt. Ja, U. Scheiße. Ah, C. Juhu. Schattenwolf? Was? Wie? Wat? 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 Kennst du das Spiel Schattenwolf? Oder warum das Fragezeichen? Ja, ich kann nicht sagen, dass wir jetzt an der Bombe so scheitern. Also, ich so scheitern. Nicht nur du. Mhm. Alle anderen auch, außer dir. Nee. Ich mache gerade auch Schwierigkeiten, weil ich hier lieber nebenbei meine Weintrauben auflaufen. Guckt auch so. Von der Logik her würde ich sagen, es muss hier noch geben. Auch ein schöner Satz. Leider nein. Nein. Das ist random. Also, es gibt eine gewisse Algorithmik dahinter, ja. Beziehungsweise, es gibt vorgefertigte Muster. Eines davon kann es treffen, aber die sind zufällig. So rum. Ja. Sicherlich einer, der gut... Ich sage es mal so. Er hat ein Wort oben, das muss ich dann sagen, wo er hinklicken muss. Dann klickt er da drauf und dann, wenn er dann das nächste Wort oben vorliest, dann muss ich wieder ein Dingens vorlesen. Genau. Oder? Ja, so irgendwie war das. Nee, also, so ist es... Wäre wahrscheinlich auch eine witzige Idee, aber in dem Fall ist es eher so... Die Buchstaben oben, oder das Wort oben, gibt eine Tabelle vor. Und dann muss er ihr noch ein Wort, ein zweites Wort sagen und dann hat sie eine Liste von Wörtern. Genau. Und das erste in der Liste, das muss er dann drücken. Ja. 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 Ja, 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 ja. Okay, nächster Versuch. Kabel, sechs Stück. Ähm. Kein gelbes? Jeweils eins. Also eins. Okay. Genau, ein gelbes, mehr als ein weißes? Nein. Okay, ähm. Also, gibt's jetzt weiße oder nein? Es gibt ein weißes, ein gelbes. Okay. Dann keine roten? Ja. Okay, dann ist das letzte Kabel. Bei den roten. Ähm. Sechs. Also Nummer sechs. Diesmal ein gelbes, zwei weiße. Ähm. Mehr als ein weißes, viertes durch. Ähm. Knopf weiß, a port. Ähm. Eine Batterie. Ähm. Anzeige, äh, Beschriftung K? Nein. Okay. Wie war das mehr als zwei Batterien? FRK? Nein. Okay. Äh. Gedrückt halten. Weiß. Eins. Es kommt immer die scheiß eins. Immer die scheiß eins. Yep. Ähm. Who's first says S-A-Y-S. Rechts unten. You are. Zwei Worte. Nebstes. You are. Also Y-O-U-R. Next. Like. Uh-H-U-H. What. Done. Uh-H-U-H. You are. Diesmal mit Apostroph. Your. Äh. Rechtsmitte. First. Left. Okay. Yes. Nächstes. There. T-H-E-E-R. Right. Ah. Nothing. Ready. Press. No. Wait. Memory. Zwei. Position zwei. Eins. Drei. Äh. Erste Position. Eins. Äh. Erste Position. Das. Hier. χ. Erste Position. Erste Position. 3 position 1 1 1 beschriftung 1 2 minuten 6 sind noch auf der ohr schatten wir auf nein gern 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 immer kommentare gerne bloß nicht die kappe hacken 2 minuten 6 best time und wir sind top 48 wir sind immer noch hinter speyer aber link hat mich gerade angeschrieben er wäre da nö ist er nicht lügner lügner ach da ist er ich zieh ihn mal runter wir treffen über meine schnauze wer hat gestern besser getroffen als du wir haben beide nicht getroffen stimmt scheiße spike ich kann mir den namen spire kill spire ja spire heißt er eigentlich ja wir haben ein paar mal also wie wir gesagt hatten haben wir ein paar bomben gemacht ich muss dich jetzt aber auch wieder lauter machen ja ja wie war es grün war der kohannung zu viel sehr viel erst mal für die nächsten fünf tage ausgesucht glaube ich kenne ich in fünf fünf tage ausgesucht sagt ich habe hunger naja fünf stunden oder das oder das schattenwolf danke fürs reinschauen ich wünsche dir ein schönes wochenende oder schöne wochenende und viel spaß beim beim darf haben wir haben es tatsächlich vorhin geschafft bei einem unter die top 1 prozent zu kommen die erste bombe wurde schon gelöst bevor es nicht überhaupt an ging als mit null minuten 0 sekunden also das ist einfach nur durch glück auswendig lernen und glück wir haben die bombe die bombe 2 4 haben wir top 1 prozent geschafft die positionen vor uns sind im millisekundenbereich schneller ja gut die werden aber da werden ja nur die paar um dich herum angezeigt also das wird wahrscheinlich schon ein stück schneller ja gut müssen wir uns merken wir haben jetzt bei allen bomben bis zur bombe 3 6 haben wir jetzt top 20 mindestens und jetzt lass uns den richtigen spaß beginnen mit pick up the pace nummer vier mir kreuz jetzt schon gotta go fast eine minute 20 vier module wer macht das denn ich will erst mal schauen welche module wir dann haben also schau es dir erstmal an würde ich sagen ja aber ich würde sagen ich mache wieder morse und code wenn du die vor der link hat ja wir haben komplexe kabel kabel sequenz kabel und symbole ok also sachen die du nur so durch machst ok dann kannst du super diga mit dir machen ne dann ne dann ne dann dann sind macht ihr das mal ich hab jetzt meine übung ich bin auf ich bin mein hirn ist schon aufgewärmt deins noch nicht ja arbeiten alle magens voll ich hab ein glück mit meinem bomben experten der eine freut sich wenn ich in die luft gehe der andere experte ist voll gefressen und liegt im stuhl das ist noch witzig beste voraussetzung die betonung liegt auch noch ja aber wahrscheinlich gammelt das so halb so dass es die füße irgendwo oben und der stuhl komplett nach hinten mhm ne noch nicht das kommt er jetzt noch ins fresskoma einsatz ach der scheiße ach wir sitzen ja nicht an der bombe ja ist ja nur ne bombe mhm sind ja nur ein paar verkohlte finger mhm ja wir haben ja genug ja es gibt genug eichhörnchen auf der welt sorry nicht verkohlte fingern ein bisschen angekokeltes feld ja ja mhm was ist wieder ein kopfstücker hieß das feld richten zu lassen das ist immer teuer diese reimplementierung und dafür gehen dann meistens drei vier verwandte drauf für das feld so nein schlechte späße beiseite bist du soweit link echt bin soweit aber warte warte was hatten wir jetzt wir hatten wire symbole complex wires und wire sequenzen ja ok dann mach ich mir jetzt nicht den zweiten tab auf weil dann muss ich nach den ersten zwei nicht runterscrollen ja ok wenn es die gleichen sind also du fängst also reinfolge wires symbole ach so stimmt he he ja du weißt ja die reinfolge jaja wires symbole complex wires kabel sequenz ok ich drücke knopf rot titanate äh wieviel batterie zwei antippen äh symbole 6 alien bt umgedrehtes fragezeichen 6 b alien fragezeichen ähm komplexe kabel blaustern äh wie weiß die kabel äh ich weiß die farme äh äh blau und stern äh nicht schneiden nicht schneiden rotstern schneiden blau äh äh wieviel batterie äh wieviel batterie letzte nummer von der seriennummer 7 nicht schneiden weiß schneiden kabel sequenz schwarz a äh schneiden rot b nicht schneiden rot a nicht schneiden blau c nicht schneiden blau c schneiden rot a schneiden rot a schneiden rot a blau a nicht schneiden rot a bumm scheiße es war glaube ich knapp knapp nicht knapp ja das war das letzte das war also ach du ach du okay das ist aber dann ist es dann machbar noch es ist machbar und es ist random ja aber es ist nicht die bombe die ich dann ausprobiert hat es war dann eine andere mal ja die 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 auswendig machen, dann wäre ich da viel schneller gewesen gerade. Ich wusste die nicht mehr auswendig. Aber beim nächsten Mal müsste ich da noch schneller sein, weil jetzt weiß ich sie wieder. Wahrscheinlich kommen sie jetzt nicht mehr. Okay, ich drücke den Knopf. Ich erlebe Grüße von Winter. Danke, Grüße zurück. Gelb, äh, nee, Weißpress-Knopf. Ähm. Ist ein K, also ein... Nein. Okay, wie viele Batterien oder FHK? Mehrere Batterien, fünf, fünf, äh, vier Batterien. Ja, und kein FHK? Kein FHK. Das reicht schon nicht mehr. Das... Okay, nächster Versuch. Bei denen müsstest du jetzt ewig gedrückt halten, nochmal und, äh. Dann wäre es für die die Eins und wir wären bei Eins gewesen. In, was war es für eine Farbe? Weiß. Weiß wären, ja doch weiß wäre die Eins gewesen. Nur, nur blau und gelb ist was anderes. Okay. Ja. Ja, dann. Ja, dann. Ähm, Link, ich hab, ähm, ich weiß nicht, ob das denn vielleicht auch für dich interessant werden könnte. Ich hab mich beim Forum, da fragt einer, der möchte, äh, Simulationsevents organisieren. Uninteressant. Uninteressant. Okay. Uninteressant. Hätte ja sein können. So, Glenn. Ich drücke den Knopf. Weiße Knöpfe sind scheiße. Äh, kein Knopf, kein Knopf, kein... Doch, äh, Rotpress. Ähm. Ähm, FHK? Nein. Dann gedrückt halt. Blau. Ja. AE, Hashtag, 6 Omega. 6, Hashtag, AE Omega. Komplexe Kabel, Weiß. Cut. Weiß Stirn. Auch cut. Rot. Ähm, letzte Nummer. 1. Schneiden. Das war ein Fehler. Mhm. Also, cut ist der Lasten, aber ist Ethan. Aber 1 ist nicht gerade. Nein. Nein, 1 ist nicht so richtig gerade. Nice. Bei 0 hättest du ein mathematisches, ähm, Problem. Oh Gott, das war 0 nochmal. 0 ist undefiniert. Ach ja, ganz schön. Ja, aber in dem Spiel ist es definiert. Okay. Ja, Shizuka? Ähm. Du solltest bei dem Bot unbedingt den Link-Befehl überarbeiten. Link hat 5 versagt. Entweder du scheißt da ein Alter zwischen oder Bomben dazwischen. Äh, beziehungsweise bei 5 Bomben. Das ging ja, aber... Okay, jetzt hat er einen frei. Ach, und wie viele habe ich frei? Äh, Moment. Nein, keinen. Du musst sich meinen Schirm holen. Nee, lass mal. Ich bin schuld. Gute Entscheidung. Okay. Link, bist du so weit? Ich bin so weit. Knopf, gelb, Apport. Äh, FHK? Nein. Gedrückt halten. Weiß. Nein. Äh, Symbole. Gamma. A mit Strich. O mit Strich. N mit Schnörkel. O, A, Lambda, N. Lambda, doch Lambda. Äh, komplexe Kabel. Rot, Rot-LED. Rot-LED. Äh, wie viele Batterien? Eine. Dann nicht schneiden. Rot-Stern. Schneiden. Blau-Stern-LED. Parallelfort? Nein. Nicht schneiden. Weiß. Nein. Okay, nächstes. Äh, Kabelsequenz. Blau-C. Äh, nicht schneiden. Blau-B. Nicht schneiden. Rot-C. Nein. Rot-B. Nein. Blau-A. Nein. Nö. Blau-A schneiden. Bum. Ich hab Nein gesagt. Äh. Ich hab Nö gesagt. Nö. Nö. Och Nö. Ich hab eindeutig Nö gesagt. Och Nö. Ah, wir hatten noch 13 Sekunden, also hätte eventuell klappen können. Hätte wahrscheinlich gereicht, ja. Ich hab nur noch Ja und Nein, das gefühlschneidung. Ja. 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 Okay, nächster Versuch. Nur auch zuhören. Eeeh. Eeeh. Also so Schnörkel-A, äh, N mit Schnörkel, O mit Strich, A mit Strich. O, A, N, H. Komplexe Karbe, blau. Ähm, letzte Ziffer. Eins. Nicht schneiden. Blau, Rot, Stern, LED. Ach. Ähm, Batterien wie viele? Fünf. Nicht schneiden. Rot, LED. Rot, LED. Äh, schneiden. Blau, Rot. Nicht schneiden. Ne, ne. Ja doch, nicht schneiden. Blau, LED. Karate Force? Nein. Nicht schneiden. Weiß, Stern, gut, das muss schneiden. Okay, Kabelsequenz. Ähm, vergiss es. Was, acht Sekunden. War noch zu langsam. Die, die komplexen Kabelgrad waren ja, ich hab' nicht eh gehabt. Ja. Mhm. Die komplexen Kabel ist halt schwierig... ...zumachen. Also es ist, also es ist schwierig, so schnell zu erkennen, weil die Kreise, wenn du da einmal... ...ein Feld verrutscht, dann... ...riffst, dann RIP. Ja. Sollen wir, ob die Bombe noch einmal versuchen, dass Shizuka ihre... ...hast du deine Traupen fertig gegessen, oder bist du noch beim Lampfen? Äh, ich hab' das jetzt lassen, aber... ...ich, die Bombe, mit den komplexen Kabeln, ich bin bei den komplexen Kabeln, unter anderem nicht so schnell. Ne, ne, meine Idee wäre gewesen, die nächste Bombe zu machen. Ja. Wir können es ansonsten auch so probieren, dass du mir die komplexen Kabeln schon einmal vorliest, und dann den Rest machst. Ich sag dir ja nicht nur mal, welche du schneidest. Ja, aber du musst doch wissen, ob... ...parallel-Port und, äh, wieviel Batterien und so weiter. Das kann ich dich dann fragen, falls ich es brauche. Und Shizuka... Ich weiß nicht, ob das schneller wäre. Wir können es mal versuchen, und Shizuka macht den Rest. Ja. Ja, können wir probieren. Okay, hast du was zum Schreiben? Ich hab' was zum Schreiben, ja. Okay, dann probieren wir es einfach mal, Shizuka fertig? Ja. Mal gucken. Okay, erstes Kabel weiß, nichts, rot, LED, Stern, blau, rot. Rot, LED, Stern, weiß, Stern. Äh, Shizuka, Knopf, rot, detonate. Ähm, Knopf, äh, detonate. Wer hat seine Batterie? Nein. Nein. Okay, äh, dead dead. Äh, dead dead, rot. Äh, dead dead, rot. Nein, äh, drückt halten. Blau. Äh, vier. Ähm, Hashtag 6 Euro, umgedreht, Omega. 6 Euro, Hashtag Omega. 6 Euro, Hashtag Omega. Kabelsequenz, blau A. Blau A. Blau A. Blau A, lassen. Blau B. Watter. Schwarz C. Watt. Rot B. Watter. Schwarz B. Watter. Blau B. Äh, blau C. Watter. Blau B. Weiter. Schwarz. Komm. Kann man jetzt sogar noch langsamer. Ja. Probieren wir einfach mal die nächste Bombe. Bei den Karmen wäre es sogar nur erstes, letztes. Und wenn das nicht gereicht hätte, dann noch das mittlere. Okay. Probieren wir einfach mal das nächste. Juggler. Es ist ein bisschen wie, in zwei Bereichen zu sein, außer das ist eine Bombe. Das war die, die ich probierte. Fünf Minuten acht Module. Das war die, die ich probiert habe. Okay. Ich glaube, da kommen wieder diese Zusatzspielchen ins Spiel, oder? Mhm. Wie teilen wir auf? Ich glaube, da war der Knopf dabei. Ich glaube, da war der Knopf dabei. Da muss halt einer den Knopf... Ich weiß nicht, aber ich glaube, Passwort und Morse waren beide dabei. Ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, ob nur eins von beiden oder beides sogar. Ja. Ich schaue dir die Möglichkeit an. Wir haben Lichter, Who is first, Morse, Memory, Memory, Kabel, Komplexe Kabel. Wir haben den Knopf mit Up & Down und dann dieses Ja-Nein-Fragespielchen. Das Ja-Nein kannst du jetzt selber machen. Ja. Du brauchst ja nur bei dem Knopf dann Hilfe. Ja. Heißt, eine theoretisch den Knopf und Mause, und der andere geht die Ahnung schon durch. Schizuka, wie wollen wir? Äh... Wie ist es? Gleich. Knopf, weißt du doch wieder. Wie haben wir letztes Mal gesagt, ich sag die obere Reihe und dann die untere Reihe. Oder wie haben wir es gesagt? Äh... Obere Reihe reicht im Normalfall. Okay. Nee, nicht. Reicht nicht. Aber ich glaub, ein Kasten hat, glaub ich, gereicht. Ein Kasten? Ja. Also entweder die vorderen 6 oder die hinteren 6. Okay. Wir können mal nachschauen. Das wär hilfreich. Ich glaub, es waren die hinteren. Ja. Die hinteren reicht, wenn du die hinteren vorliest. Okay, und dann war noch die, wo ab ist, war noch wichtig, oder? Ja. Mhm. Und ich hab die hinteren eigentlich immer mit Zahlen vorgelesen. Einfach erste Reihe, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Damit du nicht ja, nein sagen musst, sondern einfach nur die Zahlen. Und dann kann der überlegen, wenn man was anderes weitermacht schon. Du hast halt noch 2, 4, 6. Und lass die 3 an. Also im Prinzip, ähm, die obere Reihe ist 1, 2, 3 und die untere ist 4 bis 6. Ja. Dann wäre das jetzt 2, 4 und 5. Ab ist nach rechts. Und das ab musst du nicht sagen, das ist nur nachher für dich wichtig. Ach, das ist für mich stimmt. Du kriegst dann rechts unten und musst dann halt an dem ausrichten. Ja. Ventgas. Ventgas war... Vent... Was? Ventgas? Nein. Auf jeden Fall nein. Ventgas. Du musst dann direkt explodieren. Ja, beim Gas musst du... Das Ding ist nur, dass du da... Also die ganze Zeit bei Ventgas Ja. Und dann kommt irgendwann... Explode Bomb. Und dann sollst du auch auf Ja drücken, weil du einfach nur noch Ja drückst die ganze Zeit. Ah. Das war das. Okay. Also schließe ich Shizuka erstmal die Morse alphabet vor. Und dann machen wir den Rest. Und wenn die Dinge kommen, sage ich Stopp. Und sag Shizuka das Ding. Ja, dann wenn du halt Zeit hast. Du hast ja glaube ich 50 Sekunden Ticken runter oder so. Bei dem Ding. Bis du es gemacht haben musst. Es waren gerade glaube ich bloß 30. Und 30. Also du hast schon ein bisschen Zeit für das Ding auf jeden Fall. Okay. Seid ihr so weit? Ja. 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 Okay. Nein, ich mach jetzt nicht Spongebob. Ähm. Okay. Okay. Mausen. Kurz, lang, Pause. Lang, kurz, kurz, lang, Pause. Kurz, 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 Pause. Jetzt fängt von vorne an. Kurz, lang, kurz, kurz, Pause. Kurz, Pause, kurz, lang, Pause. Passt. Okay. Danke. Ähm. Wir haben einen Knopf gelb. Apport. FAK? Nein. Wir drücken halten. Rot. Nein. Moment, ich muss hier einen Hebel. Ach, das ist dieser scheiß Hebel. Ähm. Lichter. Rot. Okay. Nein. Und Moment, Shizuka. Es ist zwei, vier, fünf und sechs. Rot wäre blau. Ähm. Left. Oh, Scheiße. Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Ich depp. Rot. Gelb. Blau. Rot. Gelb. Blau. Rot. Gelb. Blau. Rot. Gelb. Rot. Grün. Grün. Blau. Rot. Blau. Grün. Rot. Gelb. Rot. Grün. Grün. Blau. Rot. Blau. Grün. Grün. Okay. Moment. Ich muss den Hebel runterdrücken. Und Zeit holen. Sonne. Ähm. Who is first? U R. Oben links. No. Blank. Uh haha. H. Wait. First. What? Ready. Next. Shizuka. 2 4 5. Left. Okay. Eh. LED. Middle links. Middle. Blank. Ready. Okay. What? press, press, no, wait, less Nein Moment, ich muss den Hebel runterdrücken Rot A Nein Hast du Nein gesagt? Nein, hab ich gesagt Ich hab Schneiden, Schneiden, Nein, da hab ich gedrückt Ja, das Nein und Schneiden, das klingt ziemlich ähnlich Dann sag ich jetzt einfach Ja gut, also das nehm ich dann Shizuka sagt immer Lassen Entweder lassen oder einfach nur weiter Ja gut, oder wir einigen uns einfach darauf, dass du nur noch Ja und Nein sag, weil dann kannst du mir ähnlich zu Schneiden sein Okay, Ja heißt Schneiden, Nein heißt Lassen Ja, weil das ist halt kürzer Ja, ja, ja Eigentlich waren wir nicht schlecht, das war das vorletzte und nachher noch Labyrinth gewesen Und wir haben noch 1 1,51, ich hab noch Zeit gehört Okay Morrison hat auch geklatscht, Shizuka? Ja Okay Ich drücke auf Retry, jetzt Kürz, kurz, 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 Pause Kurz, 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 Pause Lang, Pause. Lang, Pause. Lang, Pause. Passt. 6 Kabel. Gelbe. Weite. 2. Viertel. Lichter. Vokal. Rot. Und. Nein. Blau. Rot. Blau. Blau. Gelb. Rot. Blau. Grün. Blau. Gelb. Grün. Rot. Rot. Blau. 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 Gelb. Blau. Gelb. Ich muss den Knopf drücken. Shizuka. Eins und fünf. Was? Eins und fünf. Okay. Ja. Äh. Äh. Als nächstes ist Memory. Eins. Second Position. Zwei. Eins. Was war die Ziffer? Eins. Eins. Und es steht jetzt wieder eine Eins. Dann die Label vier. Zwei. Zwar zweite Position. Zwei. Äh. Äh. Label eins. Moment. Ich muss kurz den Hebel runter drücken. Sonst läuft die Zeit weg. Das ist so glücklich. Äh. Was hast du gesagt? Label eins. Ja. Prittipus. Bump. Da hab ich die erste Zahl doch falsch verstanden. Ah. Ich war nicht aus Memory vorbereitet. Ich hab meine, ich hab meine Tabelle nicht gehabt. Hm. Es waren noch nicht drin. Ja. Da zeichnet man sich immer schnell eine Tabelle. Und dann hab ich die erste Zahl nicht mehr gehört. Ja. Ja. Oh je. Das ist... Von der Aufteilung passt das so? Oder Shizuka Wisch oder was anderes? Oder passt das so? Nee, passt schon. Passt so. Okay. Aber ich denke wir waren auch wieder gut in der Zeit gewesen. Der Hebel ist bloß nervig. Da muss ich immer wieder die Bombe rumdrehen, um den Hebel runter zu drücken. Ja. Oh, das ist fies ja. Umdrehen und so. Das ist Ventguest, glaub ich, viel angenehmer dann. Ja. Okay. Okay. Ich drücke Retry. Lang. Kurz, 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 Pause. Kurz, kurz, Pause. Kurz, 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 Pause. Lang, Pause. Kurz, lang, kurz, Pause. Lang, 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 Pause. Passt, danke. Rechte Beratung? 5 Kabel. Letztes Kabel ist? Weiß. Wie viele rote? Eins. Wie viele gelbe? Zwei. Erstes. Lichter. Findest du blinken? Blau. Kein Vokal. Kein Vokal und Blau blinkt. Gelb. Blau. Grün. Gelb. Grün. Gelb. Blau. Grün. Gelb. 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 Grün. Rot. Blau. Grün. Gelb. Rot. Blau. Gelb. Grün. Rot. Blau. Okay. Nächstes. Warum sind wir jetzt explodiert? Nebü vergessen vielleicht? Nö. Wo drauf gekommen? Oder war es denn gestern? Pass auf gleich. Neat Nob. Neat Nob. Neat Nob. Dann hast du einmal verpasst die Zahlen durchzugeben. Du hast die Zahlen durchgegeben, aber sie hat dir nie eine Position gesagt dazu. Ne. Ich habe keine Position durchgegeben, weil das Ding noch nicht geleuchtet hat. Also das macht ja normalerweise Piep. Und dann drehe ich die Bombe rum und guckt mir das an und... Ach so. Dann vielleicht ist direkt von Affan schon angewesen. Manchmal ist es von Affan an. Ah. Das war jetzt ein Hörnchen. Mhm. Wie sie gleich mhm sagt. Wenigstens so tun, als wenn du kurz überlegen würdest, ob ich daran schuld sein könnte. Ja. Es ist grundsätzlich sowieso erstmal die nächsten 15 mal Shizu ist sowieso... äh die nächsten 15 mal Boom ist sowieso mal... aus Prinzip Hörnchen. nein ok da hab ich irgendwie denn ich hab mal so fokussiert darauf dass es ein geräusch macht wenn der knopf losgeht aber ich hab da kein geräusch gehört nein der kommt gleichzeitig mit dem hebel nach unten der macht auch das geräusch habe vergessen um zu trennen oder das weil ich das geräusch bloß mit dem hebel nach unten drücken geassoziiert hatte und dann den knopf vergessen hatte zu gucken okay ja danke 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 ist soweit ich drücke den knopf lang kurz 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 pause kurz lang kurz pause kurz pause lang kurz pause lang kurz pause lang kurz pause lang kurz lang pause wir haben passwort erste buchstabe i b b z m h zu einer buchstabe O, X, B, P, W, E, dritter Buchstabe, Q, N, W, B, J, U. Okay, Link, wir fangen mit Symbolen an. Tilde, Schlange, Kerzenständer, B mit T. Äh, was ist Tilde? Also ist P-Wort. Der Telefonleuchter, B, P, Schlange. Okay, ähm, Lichter. Äh, wir haben keinen Vokal und es ist... Brün. Brün. Ich habe kurz eine Hebe noch umgedrückt, grün, grün, okay. Grün, gelb. Grün, rot. Grün, gelb, gelb. Grün, rot, rot. Shizuka, eins, äh, nee, scheiße. Ähm, zwei, fünf und sechs. Ab. Grün, gelb, gelb, grün. Grün, rot, rot, grün. Okay, nächstes, äh, hat, hat Hebel nach unten drücken, äh, komplexe Kabel, kann das sein, dass es schon das nächste ist? Äh, Kabelsequenz, 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 Kabelsequenz. Ja, schließt noch. Ähm, rot, A. Nein. Rot, äh, nee, schwarz, C. Äh, Shizuka, welche Position? Ähm, ab. Okay, okay. Ähm, rot, A. Nein. Blau, A. Nein. Schwarz, C. Ja. Schwarz, B. Nein. Schwarz, B. Ja. Rot, A. Ja. Schwarz, B. Nein. Blau, C. Nein. Äh, Shizuka? Äh, ja. Mause und Passwort? Ah, äh, ähm, war sie von 75, Passwort, Haus oder Word? Also, die, oder? Also, die, oder? Also, die, oder? Also, die, oder? Ähm, kurz noch, Knopf, ähm, 2, 4, 5 und 6. Left. Und du hast gesagt, Haus? Haus und Word, also, O, U, L, D. B, O, U, L, D. Also, Haus ist es nicht. Und das andere war Wood. Äh, Labyrinth vergessen. Scheiße, Labyrinth. Ähm, grün auf 1, 5. Ich bin bei, äh, 3, Ne, äh, 3, 2. Und das Endziel ist bei, äh, 6, 3. Und Shizuka 1, 2, 3 und 5. Unten. Ich muss den Knopf nach unten drücken. Ich muss right machen. Unten. Links. Ganz hoch. Ganz rechts. Ich drück rechts. Ich drück rechts. Wir hätten es schaffen können. Ich drück rechts. Warum drückst du rechts? Hahaha. Wir hatten noch 40 Sekunden, oder sowas. 45. Ich hoffe, ich wusste sowas. Ah. Also, wenn du nicht willst, dass wir es schaffen, kannst du es auch sagen? Ja, nein. Ach, scheiße. Der Schöne war mit Passwort und, ähm, Morse, war der Rest eigentlich viel einfacher, weil, weil wir dann bei Shizuka zwei Sachen parallel machen konnten. Und dadurch hat mir nur weniger. Ich habe keine Sachen parallel gemacht, aber ja. Ja, äh, 3. Ja, schön. Die Form habe ich bei der nämlich immer bekommen und da keine Schaf gehabt zu zweit. Ja. Ich habe es immer mit Passwort und Morse bekommen. Ja. Ich gehe ganz kurz in mein Schlafzimmer und mache das Klimagerät aus. Denn, also, kurz geistige Pause nach diesem totalen, absoluten Fail von mir. Von diesem Fail, der doch ein zweites Hörnchen verdient. Mindestens. Und, hm. Noch oben drauf. Äh, also ich mache kurz die Klimaanlage auf und die Fenster auf, weil es sollte langsam ein bisschen abkühlen. Bin also gleich mit mir da. Jo. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Q. Zweiter Buchstabe. Q. J. P. B. Z. S. Nächster Buchstabe. War das jetzt ein B oder ein B? B. 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 Nächster Buchstabe. T. S. V. F. O. X. Okay. Knopf. Rot. Apart. Ja. FAK. Äh. Nein. Gedrückt halten. Blau. Hier. Gerade wo es mal von vier Minuten runtergeklickert hat. Shizuka 2, 5 2, 4, 5, 6 Left. Wir haben kein, wir haben E, also Vokal und es blinkt blau. Rot. Blau, gelb. Rot, grün. Blau, gelb, rot. Rot, grün, blau. Blau, gelb, rot, grün. Rot, grün, blau, gelb. Rot, grün, blau, gelb, rot. Okay. Ähm. Who's first? Red, 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 red. Mitte rechts. Shizuka, 2, 4, 5, 6 Left. Okay, ich muss kurz ne Hebel runter. Mitte rechts. Mitte rechts. Ready. Yes. Okay. Nächstes. Read, red, red. Mitte rechts. You are mit Apostroph. You? You are mit Apostroph. Ich muss kurz Hebel runterdrücken. They are mit Apostroph. Unten links. U. U-Stabe U. U-H. H-U-H. Okay. Nächstes. Nächstes. Komplexe Kabel. Äh, Shizuka, 2 und 6. Link, blau LED. Down. Ja. Blau. Parallelpaus? Ja. Nein. Rot LED. Wie viele Batterien? Vier. Nein. Weiß. Nein. Weiß Stern. Nein. Schizuka Frequenz. 505. Passwort. About. Was hat er jetzt verkackt? 54 Sekunden und 8. Billy. Ach du. Ach du hast es geschafft? Das heißt, ich habe gesagt, dass du irgendwas verkackt hast. Juhu. Juhu. Wie gut sind wir damit? Top 34%. Und BB Prisa. BB. Mit Top 34% können wir leben. Das muss ich aber kurz mal aufs Töpfchen. Mach das. Wir gucken uns zum Beispiel mal schon mal den nächsten an. Oder versuchen die da vorne nochmal. Sollen wir die da vorne nochmal versuchen. Genau. Solange ich das kann. Können wir die da vorne nochmal versuchen. Du bist du so weit? Ich bin so weit, ja. Start. Knopf, weiß, Apart. Äh, Car-Label? Nein. FAK? Nein. Gedrückt halten? Blau. Jo. Äh, scheiße. Wenn du es gerade verpasst hast, kannst du mich ja gleich explodieren lassen. Okay, nächstes ist Symbole. C Punkt, Tilde, Kerzenständer, Smiley. Äh. Kerzenständer, Smiley, C, P. Komplexe Kabel. Rot-Blau, LED. Äh. Letzte Nummer. Fünf. Nicht schneiden. Kerda. Blau. Äh, nicht schneiden. Rot. Nicht schneiden. Rotstirn. Schneiden. Weisstirn. Schneiden. Okay, ähm, Car-Besequenz. Ähm, Blau-B. Schneiden. Rot-B. Nein. Nein. Rot-C. Nein. Blau-A. Ja. Oben hat es gemacht. Hätten wir beim Knopf, hätten wir nicht so lange warten müssen, hätte es wahrscheinlich gereicht. Ja. Und ich habe bei den komplexen Kabel, das Rot war nicht Rot, sondern Rotstirn. Habe ich also auch Zeit verschwendet. Okay, wir versuchen mal die nächste Bombe. Ach du Kacke. Double Trouble. Oh je. Some Bombs let you work at your own pace. This is not one of those Bombs. Acht Module, fünf Minuten. Das sind jetzt richtig viele von denen, wo du die ganze Zeit alles machen musst. Ich gucke sie mir mal an, was denn so zu sehen ist. Ach du Scheiße. Wir haben zweimal den Knopf. Und das war's. Dann haben wir Kabel, Memory, Morsen, Symbole und zweimal eine Kabelsequenz. Ja okay, Kabelsequenz dauert halt. Aber sonst okay, für fünf Minuten klingt das noch machbar. Ja. Wahrscheinlich drücke ich jetzt irgendeinen Knopf, dass wir explodieren. Und die nächste Bombe hat wahrscheinlich irgendwie, ich weiß denke er was. Also Shizuka ist mit Morsen und dem Knopf beschäftigt. Und wir können uns durch den Rest durchwühlen. Es heißen sogar die ersten zwei von den letzten. Was ich so gesehen habe. Also. Wenn du mir von den sechs rechts. Die ersten zwei sagst. Dann kann es aber up, down oder right sein, wenn es erste an ist und es zweite nicht. Ähm. Ach ne, ja ne, ja doch. Wenn er mir die ersten zwei Lichter sagt, die an sind. Achso, ah, okay. Also von allen sechs immer nur die ersten zwei Lichter, die an sind. Ja, das sagen einfach alle. Ich glaube, das wird weniger, weil es sind höchstens drei. Die eine Zahl kostet auch nicht viel mehr Zeit, denke ich. Ja. Nee, es sind, bei einem, bei zwei sind es, nee. Drei sind, drei sind, drei sind vier Lichter. Okay, ich sag die ersten zwei Zahlen. Kannst auch alle sagen, es. Ja, es könnte vielleicht doch etwas bringen, gucken wir einfach mal. Ja, warte mal. Ah ne, er nehmen wir das beide ist left. Alles gut. Ja. Okay. Ja, genau so wie bei eins, zwei, bei des rightes. Ja. Okay, ich klicke retry jetzt. Ähm, wir haben keinen Morsen, wir haben bloß die Knöpfe, äh, Kabel, sechs Stück. Äh, gelbe? 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 Äh, wie viele weiße? Eins. Rote? Eins. Viertes? Äh, Shizuka, das erste ist zwei, sechs. Das andere ist zwei, fünf. Okay, bei zwei, sechs, down, bei zwei, fünf, up. Okay, Symbole. Äh, Kerzenständer, Hashtag, umgedrehtes N, A, E. Hashtag A, E, Kerzenständer N. Ähm, wir haben Lichter, rot blinkt und, äh, ein A. Blau. Rot, gelb. Blau, grün. Rot, gelb, blau. Blau, grün, rot. Rot, gelb, blau, blau. Blau, grün, rot, rot. Ähm, Shizuka, wir haben zwei, drei. Äh, ab. Äh, wir haben Memory, eins. Der andere Knopf ist noch nicht? Ne, vier. Jetzt ist der andere Knopf. Zwei, drei. Äh, zwei, vier, zwei, vier, zwei, vier. Ja, zwei, vier, left. Drei. Erst Position, erste Position. Vier. Drei. Dritte Position. Eins. Vier. Erste Position. Eins. Drei. Label eins. Äh, okay. Äh, wir haben Labyrinth, zweimal. Erstes Labyrinth, ähm, grüner Kreis, äh, zwei, eins. Ich bin bei 5, 5. Und das Ziel ist bei 3, 6. Äh, Shizuka, zwei, drei. Und eins, zwei, drei. Äh, right. Du warst bei 5, 5, richtig? Ich war bei 5, 5, ja. Runter und nach links ist Ziel. Zweites Labyrinth, grüner Punkt 2, 3. Ich bin bei 3, 2 und das Ziel ist bei 6, 5. Bei 3 gibt's nicht für den grünen Punkt. Äh, 3, 2. Und du warst bei? 2, 3. Bei 3 und Ziel? 5, 6. Hoch, hoch. Rechts, rechts, rechts. Runter, runter. Links, runter, links. Runter, runter. Rechts, hoch, rechts, runter. 1 Minute 36. Weiß ich. Nice. Schön. Das war der erste try, die Bombe sogar. Oder sind wir einmal explodiert? Nee, das war der erste try. Ja, das war der erste try. Top 17. Nice. Das war also... Ich glaube, wir hatten Glück mit der Bombe. Yep, yep, yep. Das ist auf jeden Fall. Ich hab mir kurz überlegt, ich hab zweimal kurz überlegt, soll ich jetzt sagen, Shizuka merkte schon mal die Labyrinthe als Vorbereitung, aber gedacht, nee, das ziehen wir jetzt durch, weil ich nicht wusste, wie oft dieser Knopf kommt, und dann kam er doch recht häufig. Der kommt oft. Ja. Ich dachte kurz, in dem Moment, wo wir das mit dem 2-3 verkackt, war, dass wir es nicht mehr schaffen, weil ich nicht wusste viel Zeit. Okay, jetzt, jetzt kommt, also jetzt wird's, also, I am Hardcore. Ja, jetzt wird's hartbeck, so langsam. A bomb for two experts. Fünf Minuten, elf Module. Geh auf Kart, tschüss. Das ist jedes Modul, oder? Ja. Ohne Knopf, ohne Wend, oder? Glaub, ohne beides. Wir haben auf der Einser, wir haben die Zeitanzeige, dann haben wir sechs, fünf, ja, das muss jedes Modul, also jedes vorhandene Modul. Einmal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, jup. Warte mal, die Bombe, die wir davor hatten, ähm, die letzte von der Reihe davor, wie viel Zeit hatten wir da übrig, und wie viel gab's insgesamt? Ein doppelt? Ja, one with, äh, one with everything war's, glaub ich. Ähm, sechs Minuten, und wir hatten 21 Sekunden übrig. Das heißt, wir müssen 40 Sekunden schneller werden, wie damals. Jup. Genau, genau. Packen wir! Packen wir! Link, Link, positiv denke ich, ansonsten geht's von vornherein schief. Wer spielt hier Thieves? Jetzt spielen wir erstmal das. Okay, ähm, wo könnten wir eventuell noch Zeit rausholen? Ich, 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 guck dir mal an, ich glaub, da ist eins oder zwei von den Nidimodules dabei, weil es sonst echt nicht reichen würde. Ich glaub, ich glaub tatsächlich, dass es nicht alle sind. Den wir nicht auch, glaub ich, angeschaut. Ich dachte, war eins oder zwei von denen, entweder war's denn noch, oder es war der Hebel. Nee, es war event. Okay, dann kann's vielleicht alles sein, aber da ist auf jeden Fall eins davon dabei. Und zwar, glaub ich, auch irgendeins war doppelt drin. Oder sogar zwei doppelt. Äh, das Symbole ist doppelt in dem Fall jetzt gerade. Äh, das ist einfach. Ja, das spart einiges an Zeit und dann, wenn am besten noch das Memory oder so fehlt, dann wär's schon machbar. Memory ist nicht dabei, genau. Ja, okay, dann, dann, dann geht das. Und jetzt die nächste Bombe, zweimal Memory statt Symbol. Wahrscheinlich. Ich hab grad blind geklickt und derzeit nicht. Ich hab grad viel Kabel durchgedrückt und alle waren richtig. Glaube ich spinn. Alter, dieser Lacka. Wenn er mal so glücklich wär, wenn das sein sollte, wenn wir wirklich erst mal was versuchen. Mach's das dann immer noch falsch statt richtig. So, gleich. Ab geht die Party und die Party geht ab. Warte, was hatten wir jetzt? Hatten wir Passwort und Morsen eigentlich dran? Äh, Morsen, ja. Ja, Passwort glaub ich auch, aber das bin ich mir nicht mehr sicher. Ja, ist besser, aber... Wär, wär gut, wenn beides drin ist, wird auch noch mal Zeit sparen. Jupp. Ja. Okay, seid soweit. Ja. Wär auch schön, wenn beides irgendwie doppelt oder so drin ist. Hatt ich auch kein Problem mit. Dann wärst du, glaub ich, mit der Zeit knapp. Ich bin mir rechtfertigend. Äh, kurz, lang, kurz, Pause. Kurz, kurz, Pause. Lang, kurz, kurz, lang, kurz, Pause. Lang, kurz, lang, Pause. Passt. Äh, Passwort. Erste Buchstabe. G, Q, P, H, S, I. Zweiter Buchstabe. B, C, P, E, V, O. Dritter Buchstabe. T, I, B, A, O, P. Okay. B oder W? B. Okay. Äh, Knopf, äh, sechs Karte. Gelbe? Drei. Äh, rote? Drei. Viertes. Oh, das ist diesmal mit Hebel. Ähm, als nächstes kommt Symbole. Smiley, BT, Alien, X, I. BT, Alien, die zwei Karts und Smile. Okay, äh, Knopf hab ich übersehen. Äh, Gelb, Hold. Äh, Car Label? Nein. FHK? Ja. Äh, wie viele Batterien? Vier. Äh, anklicken. Dann haben wir noch einen weißen Knopf mit, Moment, ich muss kurz eine Hebe nach unten drücken. Äh, Apart. Auch anklicken. Äh, wir haben, Who is first? Hold on. Unten rechts. Mittel. Blank. Ready. Nächstes. Nächstes. C, E, E. Unten rechts. Okay. Middle. No. Furf. Nächstes. D, A, mit Apostroph. Unten links. Yes. Okay. Right. Uh, ha, 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 ha. Furf. What? Press. Ready. Nothing. Okay. Nächstes. 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 Ist, äh, komplexe Kabel. Blau Stern. Nicht schneiden. Ich drück kurz einen Hebel nach unten. Ähm, Weißstern. Schneiden. Blau, Rot, Stern. Ne, ist fertig, ist fertig, ist fertig. Ähm, Kabelsequenz. Ähm, Moment. Ähm, ich bräuchte nochmal einen ersten Buchstaben vom, äh, Moase. Blau B. Blau B. Schneiden. Lang. Kurz. Ne, warte mal. Ich nochmal. Ähm, ich warte bis, äh, am Anfang. Ähm, Rot A. Nein. Blau, äh, Blau C. Ja. Blau A. Nein. Moase. Lang. Pause. Okay. Alles klar. Blau C. Nein. Rot B. Ja. Blau B. Ja. Schwarz C. Ja. Schwarz B. Nein. Äh, Shizuka. Frequenz. Ähm, 32. Passwort. Point. Was hab ich übersehen? Irgendwas hab ich übersehen? Labyrinth, Labyrinth, Labyrinth. Ähm, ein... Ich bin auf, äh, 1, 2. Grün. Grün ist auf 5... ...2. Ja, weiter. Und wo musst du hin? Ähm, nach 3... Äh, ne, 5, 3. ...2. Runter, runter. Recht, hoch, recht, hoch, recht, hoch, recht, hoch. Recht, runter, recht, runter, link. Wie viel? Ich gleich. Sieh, immer irgendwas muss ich schien. Ja. Oh, das war jetzt... Das Labyrinth war jetzt echt fies. 27 Sekunden, top. Das ist mir eben recht hoch, recht hoch. Da verklickst du dich leicht mal. Ja. Top 41%. Ja, kann man machen. 27 Sekunden haben wir übrig gehabt. Das Labyrinth hat vielleicht 3 Sekunden gedauert. Ansonsten haben wir eigentlich nirgends Zeit gegenlassen. Und der Hebel war angenehm. Ja, angenehm, aber er hat Vendguest, weil das nur einmal klicken muss. Ja. Okay, damit wären wir bei Bombe Nummer 7. Und das sind die letzten. Danach würden dann die Mods kommen. Exotik. Blinking Lights. Ich glaube, das sind jetzt nur so Sirencestern oder was auch immer sie sagen. An Namen. The Color. So, I hope you can enjoy this and on as many levels as I do. 5 Mediode 1.30. Ich startse einfach mal. Startsache 5 mal LED. Ach du Kacke. Ich wette, dass du die so ein bisschen gleichzeitig machen musst, weil das sonst über der Zeit nicht hinkommt. Zwei blinken gleich. Das kannst du dich nicht drauf verlassen, dass wir nächstes Mal wieder so ist. Gucken wir uns mal den nächsten Mal, ob die alle so sind. Hundertprozentig. Ähm. Also da musst du jetzt richtig viel denken diesmal. Also theoretisch könnten wir so machen, dass wir dir vorgeben, welche Farbe was sagt und das einfach aus dem Gedächtnis machen. Das nächste ist in Theorie, you should be able to reuse knowledge to make this easy and practice. Drei Minuten elf Medule. Okay, da kommen jetzt richtig viele von den Medi-Modules wahrscheinlich. Das sind welche? Die, wo du die ganze Zeit was machen musst. Das ist die, ja. Nee, das ist Kabelsequenz elfmal. Kabelsequenz? Verarsch. Äh, nee, nicht Sequenz, komplexe Kabel elfmal. Ach, ach, elfmal komplexe Kabel. Ja, ja, genau. Genau, also, natürlich, ja. Ja, da müsste ich halt sozusagen sagen, okay, weisstern. Und dann guckst du, wo es überall ist und schneidest durch. Genau. Ob das aber schneller ist, wie wenn ich dir die einfach mal vorlese? Bei elfmal, vergiss es. Ja. Ja. Ich habe jetzt gerade drei Kabel durchgeknipst und es ist noch nicht explodiert. Vierter Kabel. Ich habe das erste gelöst. Also, so ein paar kann man dir ja dann sagen, die zwei schon immer durch... Nächstes Kabel, nächstes Kabel, bumm, endlich. Ähm, hier, weiß ohne alles schneidest du immer, weiß mit Sternen schneidest du immer. Die zwei kannst du ja schon mal durchgehen und alle schneiden. Ja, ich guck gerade los, weil wir ja zu zweit seid, ob wir da noch irgendeine... Ich guck mir jetzt mal die alle an, ob wir da noch was finden, wo wir dann eben ihr beide beschäftigt seid. Das wird jetzt immer nur noch ein Modul durchgehend sein, das sind diese Exotik alle. Ja. Da hätten wir ein Labyrinth. Da hätten wir ein Labyrinth. Snipsnap. Dürfte wahrscheinlich Kabel sein. Rainbow-Table und Blinking-Lights zwei. Okay, Snipsnap ist... Irgendwas mit Kabeln. Beide Lichtern, die Wire-Sequenzen ist ja noch mehr zu einfach. Oder alle drei Kabel gemischt. Blinking-Lights klingt entweder nach Simon Says oder Mother. Sechs Kabel-Sequenzen. Ja, die Bomben sind halt, glaube ich, nicht schwer. Das ist ja, glaube ich, echt nicht schwer. Na, wie gesagt, ich suche halt jetzt, dass wir dann eben zu dritt beschäftigt werden. Deswegen guck ich, ob da noch... Das ist wahrscheinlich schwierig bei denen. Ne. Ja. Was machen wir? Nein, ich habe CofC's noch nicht heruntergeladen. Warum? Jetzt. Sofort. Die 28 GB lade ich nicht mal geschwind. Die hat es sofort runter. Bei mir hat es... Ja, komm, das ist kein Problem. Ja, okay, bei mir hat es ein paar Stunden gedauert. Bei mir hat es zwischen 1 und 2 irgendwas gedauert. Na, der gleiche Internetleitung wie ich. Okay. Dann werden wir an dem Stream nebenher sogar laufen lassen. Weißt du, nur Download? Ja, schon. Aber in der Zwischenzeit 2 Stunden. Dann haben wir es 22.31 Uhr. Und ich muss morgen leider nochmal arbeiten. Wir arbeiten. Noch einen Tag, dann ist endlich Urlaub. Was ist mit deinem ganzen Twitch-Money? Oh, es gibt Freeplay. Das können wir probieren. Sehr willkommen zusammenstellen. Ja. Würde ich einfach mal vorschlagen, wir machen das jetzt noch. Ich würde sagen, noch eine halbe Stunde. Dann haben wir es 21 Uhr. Also mit Sea of Seas wird es halt einfach nichts mehr, wenn ich das... Also zwei Stunden, dann... Ne. Aber gleich die Frage... Also Shizuka, wir könnten ja dann mal bei... Also nach der Gamescom dann diese Einzelbomben probieren. Ja. Wir könnten auch mal bei Paint It Back weitermachen. Genau. Und... Sea of Seas können wir dann auch mal die Tage... Allerdings wahrscheinlich dann nicht mehr... Vielleicht morgen oder am Samstag. Müssen wir mal gucken. Wann hast du morgen Feierabend? Wahrscheinlich schon gegen Mittag. Natürlich auch nur, wenn Shizuka Lust hat dazu. Ja. Weil ich... Also morgen wäre ich da bis... Da... Halb sechs. Okay. Entweder hast du so viel Feierabend, dass es sich davor ein bisschen lohnt. Ich weiß nicht, wann wärst du ungefähr da? Ähm, ich gehe momentan davon aus, dass ich so um Einzelfeierabend machen kann. Dann bin ich so um... Halb zwei daheim duschen. Dann könnte man so zwei, drei anfangen. Das würde sich lohnen noch. Ja. Würde klappen. Also wenn Shizuka da auch da ist, kann man sagen. Morgen ein bisschen dann. Ich hab da Zeit. Mal ein bisschen ausprobieren. Heiß aber Hörnchen. Nicht verschlafen. Ich hab... Falls wir Spaß daran finden, können wir ja schauen, ob wir am Samstag noch mal Zeit finden vor der Gamescom, weil noch ist das Event ja am Laufen. Ja. Nur da solltet ihr vorher ein bisschen gespielt haben, weil das ist durchaus schwierig. Ja, Samstag ist bei mir fraglich, ob ich Zeit habe, weil ich dann ein paar Sachen einkaufen und sonstige Dinge erledigen muss. Das ist alles Sonntag. Am Montag kann man auch noch vor der Gamescom. Ja, aber Sonntag kann ich nicht einkaufen. Ja, aber Sonntag kannst du spielen. So. Da hab ich, ähm, Imperium mit, äh, Lil und Ven. Aber den ganzen Tag. Ja. Guck, ähm, schon ein bisschen länger. Wir finden dann nochmal Zeit, als wir nach Hause noch Lust haben. Ich würde jetzt einfach vorschlagen, ähm, Freeplay, 5 Minuten, 11 Module. Äh, dann musst du, 5 Minuten, 11 Module musst du aber dann die Nedi Module anmachen. Muss ich? Weil, 11 Module in 5 Minuten, das wären alle und das würden wir nicht schaffen. Okay. Ich kann auch nicht tun. Du hast, glaub ich, nochmal einen Schalter, der ist Hardcore, der heißt das nur ein Strike. Ja, das können wir auch machen. Okay. In die vorher ihr rechts und links verwechselt. Im letzten Modul, bevor wir fast gewonnen hätten. Und dann hätte man die Strikes gebraucht. Ich suche gar, von was redet der Mensch da? Von dir! Ich suche es ja an. Hast du was anderes erwartet? Nein. Okay. Zeit soweit? Dann ist es ja gut. Äh, ja, wir haben ja keine Ahnung, welchen Module gekommen. Jupp. Aber ja. Kurz, lang, kurz, Pause. Kurz, kurz, Pause. Lang, kurz, lang, kurz, Pause. Lang, kurz, lang, Pause. Okay, das muss es gewesen sein. Passwort, 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 zweimal Passwort. Ähm, K, U, W, X, L, Z. Zweiter Buchstabe. Q, O, Z, X, Y, P. Dritter Buchstabe. Q, U, D, F, Y, I. I, zweites Passwort. R, I, H, F, M, L. Zweiter Buchstabe. O, I, U, C, Z, A. Dritter Buchstabe. F, T, A, R, M, N. Okay, link, Sechskabel. Rot, äh, Mase, F, 32. Okay, ähm, Sechskabel. Gelbe. Zwei. Rote. Zwei. Dirtes. Press rot. Äh. F, A, K. Äh, nein. Gedrückt halten. Blau. Ja. Symbole. Hab ich übersehen. B, T, umgedrehtes Fragezeichen. Tilde, Alien. Äh, Tilde, B, Alien, Fragezeichen. Äh, nochmal Kabel. Vier Stück. Äh, rote. Zwei. Letzte Ziffer der Seriennummer. Acht. Äh, letztes Kabel. Rot. Äh, die blaue. Eins. First Wire. Sechs Kabel. Gelbe. Eins. Äh, wie viele Weiße? Eins. Rote. Rote. Viertes. Äh, Lichter. Gelb klingt. Wir haben... Rokal. Grün. Gelb, grün. Grün, gelb. Gelb, grün, gelb. Ähm, nächstes sind die Passwörter eigentlich. Oder? Okay. Ja. Wut. Beim ersten Wut. Und beim zweiten First oder Large. Ach, Memory vergessen. Drei. Äh. Dritte Position. Moment, ich drück schon links runter. Dritte Position hast du gesagt. Ja. Warne drei. Drei. Erste Position. Vier. Vier. Label vier. Vierte Position. Eins. Position drei. Zwei. Zwei. Label vier. Fünfzig Sekunden haben wir über die Anzahl. Äh? Ja. Da. Aber. Viel Prozent? Ähm, da gibt's keinen Prozent. Ihr könnt auch zweitmal noch die hintersten Bomben probieren. Das setzt sich ein bisschen auf. Ich wollte gerade sagen, entweder das oder ich gucke mal geschwind im Workshop. Es gibt, warte mal, da probiert mal eigentlich. Such mal die Kollektion, wo es die Anleitung zusammengestellt gab. Äh, welche machen wir? Machen wir die Labyrinthe? Shizuka? Ja. Probieren wir die Labyrinthe achtmal Labyrinth? Jop. Also erst grün, dann ich und dann Endziel. Genau. Okay. Ich klicke Start. Start. Zwei. Ähm. Vier, vier. Drei, eins. Und sechs, zwei. Ehm. Vier, vier. Drei, eins. Und sechs, zwei. Da hab ich wahrscheinlich einmal runter zu wenig gemacht, hat BUM gemacht, da hab ich wahrscheinlich einmal zu wenig Okay, nächster Versuch Grün 1-1, ich 3-3, Endziel 5-2 Okay, einmal rauf und dann rüber Zweite, 2-1, ich bin bei 5-5, Endziel ist bei 6-3 Zweimal links, rauf, zweimal rechts, rauf, links, rauf Links war falsch Ah, verdammt rechts, fertig Heute gab es bei mir auch die Links-Rechts-Schwäche Okay, nächster Versuch Grün 2-1, ich 5-2, Ziel 1-2 Okay, links, rauf, ganz nach links, zweimal runter, einmal rechts Ne, nächstes, 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 nächstes Grün 1-1, ich bei 6-2, Ziel ist bei 5-5 Ziel bei 5-5 خut Quite Ach du, 3x links, runter, links, zweimal rauf, links, 4x runter und dann drüber Einmal nach rechts Okay, okay. Grün ist bei 5,3. Ich bin bei 3,2. Endziel ist bei 6,5. Äh, 5,3 gibt es nicht. Na doch da. Ähm, wie? Wo bist du? 3,2. 3,2 Endziel bei? 5, äh, 6,5. 6,5. Okay. 6,5. Ah, zweimal links, runter, rechts, runter, zweimal rechts, runter, zweimal links, runter, ganz nach rechts, rauf. Okay, ähm, grün ist bei 2,4. Da bin auch ich. Und das Ziel ist bei 1,6. Bei 4, Ziel ist bei 1,6. Ah, einmal links, runter. Äh, grün ist bei 2,1. Ich bin bei 5,5. Ziel ist bei... Äh, ne, Entschuldigung. Grün ist bei 1,2. Ich bin bei 5,5. Ziel ist bei 2,2. 4,2. 4,2. Okay. Äh, links, runter, links, rauf, zweimal links, durch rauf, zweimal rechts, runter, links. Ähm, grün ist bei 4,1. Ich bin bei 2,1. Ziel ist bei 2,3. 2,1 und 2,3 war, ne? Ja. Ne, 4, äh, 4. Grün ist bei 4,1. Grün ist bei 4,1. Du bist bei 2,1. Und Ziel ist bei 3,1. Ja. Ähm, zweimal rechts, runter, rechts, rauf, rechts. Ah, scheiße, ich hab mich verklickt. Äh, ich hab das gefunden, aber das ist noch, also, das ist noch aus der älteren Zeit, als man es noch gehackt hat, weil es noch keine Mods gab. Aber es wär halt jetzt einfach, das zu nehmen, weil ansonsten müssen wir uns aus, jeden Mod hat ein einziges Manual, dann müssen wir die alle in eine Datei rein, das ist halt übel umständlich. Ja. Okay, gibt's auch irgendwie noch, äh, eine Begründung? Also, ich denke mal, dass du es immer noch benutzen kannst. Kriegst du mal einen TS rein? Ich weiß nicht genau, welche Version von dem haben wir denn? Ich weiß nicht, ob es noch funktioniert. Ne, du wirst mal, ich denk, ich wollte zurück. Vielleicht mal ein bisschen Zeit ausprobieren. Genau. Weil, also, ansonsten kannst du halt nur einzelne Mods zusammensuchen, dann haben die jedes Mal eine einzelne Anleitung, die du nicht gescheit zusammenführen kannst, und das ist halt, glaub ich, extrem umständlich. Ja. Und ich denke, ähm, ich wollte ja sowieso bloß bis um neun heute machen, wie gesagt, und wir haben jetzt drei Viertel, die Viertelstunde, lassen wir jetzt einfach mal. Ja. Ich hoffe, ihr hattet wie immer Spaß. Jo. Ja. Wir haben ja auch heute mal was geschafft. Wir sind überraschend positiv verdammt schnell durchgekommen und auch von den Prozentzahlen meistens recht hoch. Wir könnten ja auch mal gucken, ob wir dann vielleicht die ein oder andere Bombe noch mit der Zeitverbesserung, aber, ich denke, erst mal, beim nächsten Mal See or Seeves, morgen, probieren. Ein bisschen. Ja. Klingt gut. Und Samstag oder, also Samstag kann ich noch nicht versprechen und Sonntag ist, wie gesagt, Imperium. Aber wir können ja dann nochmal sprechen, nachdem wir morgen gezockt haben. Eben. Eben. Genau. Falls noch jemand da ist, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Zu wem schicke ich's jetzt? Zu Kolja oder zu seiner Freundin? Zu seiner Freundin, oder? Schizuka. Wie du magst. Schicke ich's jetzt zu Xeriena. Kolja hat schon genug Zuschauen. Xyren. 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 Aieieieie. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich bedanke mich bei euch beiden fürs Mitmachen. Kommt vollends gut durch die Woche. Wir sehen uns, hören uns dann morgen. Tschüss. 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 Tschüss.